Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich fand das so krass, dass das so weit gegangen ist, also dass eine Person sterben musste für so einen offensichtlichen Scheiß. In keiner anderen Situation hätte man das ja gemacht. Niemand zieht ja einfach auf ein 20 Meter hohes Baumhaus. Aber in Räumungssituationen steigert sich das Ganze halt noch mal krasser. Und natürlich haben wir das alle entschieden, dass wir in diesen Situationen trotzdem da bleiben wollen, aber für irgendwas muss man ja auch stehen, sonst kann man ja gleich in jeder Situation sagen, das könnte aber gefährlich werden, dann stehe ich lieber nicht dafür ein.